So, jetzt läuft es wieder. Yo, Oskar hat erwartet you. Ja, Oskar erwartet you immer. Ja, dann ready to rumble? Ich hoffe, ich halte nächstes Mal länger. Let's get ready to rumble. Länger. Ich hoffe, ich halte diesmal ein bisschen länger durch, wie ein paar Sekunden. So. Machen wir mal den Switch Multistream wieder rein. Hast gesehen, ne? Also hier mach ich den Badass Granny. Den wat? Mit schönen Haarkranz, trauben Haaren, weißes Shirt und Jeans. Also so, den Mid-50er, den Wutbürger, den AfD-Wähler. Den AfD-Wähler. So, ich hab jetzt noch mal geteilt den Multilink. Mal gucken, mal lookern. Okiloki. Ob dat Funktion nuckelt. Ich hab jetzt die Qualität runtergestellt. Jetzt müsste es eigentlich ein bisschen besser laufen. Ähm, ich sollte vielleicht vorher noch mal so... Pipi machen. Nein, nicht Pipi machen. Ich hatte schon überlegt, ob ich den Chat... Genau, machen wir den mal ins Spiel rein. Oh, wir fangen jetzt an zu spielen, ja? Es geht grad nix. Ich wollte grad das Chatfenster reinsetzen. Macht dann da den nicht? Ballett. So, kann ich das erst mal... Baba. Chatpanel. Chatpanel. Nichts. Ich setz den Chatpanel mal irgendwo da hin. So, dann kann ich nämlich... Huch. Mal ganz kurz... Äh, warte. Hier nämlich... Und dann mach ich hier nämlich den zu. Dann hab ich nur noch deinen offen. So. Jetzt erst mal, erste Aufgabe, suche deinen Partner. Hallo, Partner. Wo bist du? 160 Meter weg von dir. 240. Ja! Oh, ich seh... Ganz, ganz, ganz weit entfernt seh ich, äh, einen kleinen Oscar... Button. Mhm. So, aber schon mal gucken, ob wir irgendwie Holz... Steine. Ich hab einen Stein! Yeah! Wenn ich das auf die richtige Taste drücken würde, dann würde das wahrscheinlich auch funktionieren mit dem... Ich brauch noch einen Stein. Hallo, Steine! Yeah! I need a stone. Hallo! Ey, alles voller Steine! Und sie schreibt nach Stein. Oh, weia! Was, bist du da? Oh, ich hab schon wieder so Loot-Ding gefunden. Echt, oder? Cool, ich auch. Lass mal leer, saugen das Teil hier. So. Und dann... Oh, das Holz. So, jetzt hab ich das. Ah, warte mal, ich muss mal gucken, ähm, was war das jetzt? Zwei Stöcker machen eine Bandage, ne? Mit der Bandage und ein... Mal. Äh, ich glaube, vielleicht ist es näher. So, jetzt hab ich ne Falle. Zwei Stöcker machen eine Bandage und ne Bandage und ein Stock macht nen Rucksack. Irgendwie so, ja. Ich hab auf jeden Fall jetzt mal ne Falle in der Tasche. Jetzt hab ich auch noch ne Bandage. Mal zu dir, der Rechte, mal. Das ist auch schon mal gut. Mhm. Jetzt fehlt mir noch, weil ich jetzt noch ein Stück... So, jetzt hätte ich gern noch ein Messer. So, knusper, knusper. Da, 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 Du bist da oben, ich bin da unten. Okay. Ja, ich bin gerade hier oben am Klasten, weil hier ganz viel Material liegt. Aber ich seh dich. So, da ist die Lootbank. Ah, guck mal. Die Lootbank? Die Lootbank. Die Lootbank. So, ich hab schon mal nen Schwer. Warte mal. Mal was gucken. Craft a bow. Was fehlt mir denn für nem Bogen? Äh, du musst nen Speer machen und dann... Hatchet? Ne Fallen will ich auch. Was craft for seven von ne... Hier liegt ne Holz. Ich kann das aber nicht benutzen. Auch nicht. Weil crafting bow geht nicht. Oh, da kommt einer. Da kommt, hier. komm rauf hier. Verdammte Axt, ey. Warte. Komm runter. Geht nicht. Ich bin von zwei hier. Boah. Bist du trock. Spring dir runter. Ich hab ne Bandage und nach Anna. Aber ich spring glaube ich gerade auf die falsche Seite. Weiß egal. Spring. Dann weg von dem. Die rennen mir gerade hinterher. Ich bin gleich tot. Du bist glaube ich auf anderen Seite, ne? Nein, ja. Die rennen mir gerade tierisch hinterher. Oh, Ska. Nein, du kommst auf mich zu. Du kommst auf mich zu. Gut so, gut so, gut so, gut so. Ja, ich seh dich oben nicht. Doch, jetzt. Hinter mir. Ah, alter. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Fuck. Ah. Zahn. Das ist, wenn man mit dem Stern nicht zielen kann. Wo hast du denn die Waffe her? Die war in einer der Küsten. Ach, verdammt. Ich hab schon wieder einen Baller Klava gekriegt. Ach, Mann, ey. Ey. Ich bin schon wieder... Wir haben den Boden gerade von Lohan. Scheiße. Ja, ich mein schwer auch. Und die haut ab. Ich muss sagen, heil dich erst mal. Zweiten Stopp. Warum ist ein Container drauf? Ja, warte mal. Jetzt in den Stock brauchst du, ist keiner da, weißt du? Ja. Das sieht aus wie Krautsch nun. Hier ist, glaube ich, der andere auch gerade hingelaufen. Ja, der ist hier drin. Ah, solange du noch lebst, kann ich mich switchen. Jetzt könnte ich ja aber gucken, aber geht leider nicht. Also kannst du nicht gucken, ob einer von hinten kommt. Ja, das kann ich machen. Ich hab hinten Augen und vorne. Ja, ist doch gut. Yes. Aber eine geile Pläte hast du dir verpasst. Übrigens, links neben dir sind Stein und Stock. Gut. Warte. Explosive. Wirklich. Falsch. So. Stein und Stock hast du da. Stock ist oben drauf. Ah, dann sind sogar zwei Steine. Hinter dem Hügel ist nämlich... Nochmal links. Ich mach erst mal eine Mädebandage, wenn ich mich heile. Ja. Oh, du bist so stark. Boah, ich... Alter. Bist du so stark. So, und rechts und links sind jetzt Steine von dir. Da kannst du gleich ein Messer noch machen. Bin ich noch... Da. Ah, ich mach einen Diamanten, Schatz. So geht das. Ja, weil du jetzt noch ein... So sind die Kinder werden Diamanten gemacht. Dann kannst du... Genau, einen Speer oder so. Ja. Oder... Ja. Lass uns steigen. Ein? Boah, das da. Rein drücken. Oh, Bogen. Ja. Das Ding ist scheiße. Das rückt mir gar nichts. Alarm Gun. Alarm Gun. Ja, steht da da. Alarm Gun activates an emergency tracking. Deacon on the target for two minutes. Ja, kann sich das zwei Minuten nicht verstecken, ne? Nein, ja. Super. Richtiger 45er Revolver wäre mir lieber. Dann bräuchte er sich nach zwei Minuten nicht mehr verstecken. Ich weiß, was ich schmeiße, die macht weg. Die brauche ich eh nicht. Dann kannst du dir das dann noch was anderes kräften. Ja. Aber warte mal, ich verkauf die. Ja, da ist ja hier dieses... Ja, oder so. Mal hinter dich. Freue ich auch nicht. Weil C4 bringt mir nichts. Ja, jetzt durfst du so eine blaue Kiste öffnen können. Wenn du dich heilen musst, musst du mit dem anderen Automaten auch noch ran, ne? Ja, die zwei Prozent. Ja gut, komm. Zwei Punkte sind zwei Punkte. Ja. Okay. Wir wünschen dir, dass du deinem Kopf geschlossen hast. Jetzt bist du alles besser. Okay. Der hat den Container auf dem Dach aber gar nicht geholt, wie ich sehe. Oh, da ist er. Ja. Wo hat er sich denn versteckt? Ah, okay. Na, kleiner? Na, kleiner. Sieht aus wie ein Matrix, wie der daneben fliegt. Hinter dir ist auch noch einer von. Ja, ich weiß nicht. Alter. Können wir mich bitte mal verteidigen? Hallo. Was ist das? Das ist das nicht verhandelt. Huuu. Haben wir zehn Minuten. Pöker an C. Der hat auch die Aktion kreuz. Geil. Der kriegt eine Neurose. Cool. Von Zero. Zero verkauft jetzt nicht ernsthaften Stein, oder? Hm. Ja, damit die verkaufen halt alles, damit die an die Kisten können. Und sich die Lootdinger halt schicken, ne? Noch drei. Oh, der hat hier einen Hasana geknippt. Der selten. Oh, Delto hat einen geilen Eisbittel. Hm. Und eine Kippe im Mund. Ist das auch ein Kleidungsstück? Pimmt. Ach, du lieber Gott. Kippe im Mund. was die titel keine ahnung gerade vier leute steif der weg so sein partner hat er sein kumpel verloren jetzt laufen da sind wir die kleinen kabinen da sind auch mal tolle sachen drin da ist auch eine kiste drauf 4 5 leute 0 ist sehr fleißig mit killen war das jetzt so aus sie wusste er mir da ne der hat nur uns nur uns hat er aus dem leben gehauen in ihrem glasrohr doch alle glas ja die bläckkommiere was nicht alles gibt war wenn man so diese übersicht anguckt ist es ist ja nicht viel ne ne ach so ah ok aus diesen bisschen stöckern kannst du dir den blokern ah ok das ist gar nicht so schwer aus stein und stock machst du diese altraubs oder die heißen bei lucky gucken gerade wer noch alles lebt ah guck mal da kommt der stock noch runter da der nur laut kommt der nicht einrede ok ja fünf Leute rucksack ich glaube hier liegen wir bitte das ist sie bitte das bist du hast du ob die eine leiche hier vorne das was du gerade und sehen wir ja mit blauen rand eine kotzt hier gerade rum okay ach so der den vergiftet hmm ah ha 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 ja ha ha ach so der leuchtet so auf deswegen deswegen kann er sich dann nicht verstecken ach jetzt verstehe ich ja 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 okay ja ist schon fies mhm vor allem treiben die ihn ja gerade Richtung Richtung Rand dann müsste jetzt ja gleich das Gas kommen also warte mal ich stecke mal ihn durch, Deldor, ob er folgt ihn noch? ja 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 Hm? My The Camper. Mal gucken, was jetzt noch geht. Was ist das denn? Haben sie noch nicht mal mitgenommen. Was denn? Ein Säbel oder was das war. Okay. Ah, siehst du, seine 50 erreicht, jetzt kann er die Kiste eröffnen. Toll, ein Schraubenschlüssel. Wenn da wenigstens irgendwie eine Teuerwaffe drin wäre. Toll, jetzt tun sie alle Kräften. Das bereiten die sich alle vor. Auf den letzten Kampf. Das Gas da kommt, ne? Ja, ja, das Gas kommt ja jetzt langsam. Und die müssen ja jetzt zwangsweise alle in die Mitte. In die Mitte die Kisten sind, glaub ich, auch noch nicht gelotet, ne? Ne. Da liegt ein Borgen. Guck mal. Wer könnte das Gift mit den Pfeilen mischen? Oh, Katana. Hm? Sehr, sehr geil. Ja, ne. Ja, ne. Ich möchte auch mal Katana haben. Echtes? Ja. Ja, echtes sowieso. Aber... Ein bisschen schwer wegen Waffentechnisch und so. Ja, ja. Aber so sind die Dinger verdammt teuer. Dankeschmiedet, 10, 20.000 Euro. Hm. So. Hm-hm. N jetzt. Keine Ahnung, was die da gemacht haben. Hier war die ersten beiden Sitte eine... Brustpanzer. Das hat er jetzt einen Brustpanzer gemacht. Oh, gibt's kommt. ich glaube erst bei der zweiten werden die alle in die mitte komplett geschrieben wahrscheinlich halt gut weil du kannst du kannst den ganzen ja nicht ausweichen musst du musst du musst dich stellen das ist cool das macht bestimmt auch laune weil wir mit mehreren leuten hier ja am besten alles voll bei der einen truppe hatte ich sogar das gefühl letzte mal das waren sogar mehr als zwei weil die zu dritt das zusammengearbeitet haben ja vielleicht zwei vierer gruppen zwei vierer zwei zwei ja mal nicht möglich müssten halt nur hinter einen von den töten damit das spiel auf den ende der andere kotzt gerade die seele aus dem leib hier lag ist nicht deine runde glaubt man dann jetzt wieder die letzten vier ich denke das ist interessant weil ich ja wieder aufheilen die kurieren auch gerade oben sie ist schön so in roter farbe die andere ruhe hat um einiges mehr gedauert ne ja ne gut die donne immer gleich lang ja je nachdem wie schnell sie alle umfallen ne ja klar wenn sie alle so schnell umfallen würden wie ich dann können wir drei minuten runden machen wenn überhaupt was genau also ja 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 ja